herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von kreis 2 oder kleiner wuff hallo wir brauchen ein drucker das unterschied 13 14 15 tati okay ich muss noch mal einen drucker herstellen weil wir haben vier vorlagen und dass jede vorlage arbeiten kann äh guck mal jemand nach den erdinger dahinten wird dass die dies von welchen ich habe schon nachguckt es in einer eigenen trank ist ein eigener loader also die können nicht dies bauen und sagen wir es mal so auf eine war vorhin erst bei fünf prozent also keine sorge wir brauchen noch mal ein klein wohl bitte oben in der kiste ich bringe es dir gleich wenn ich weiß wo du bist ich wieder kurz was hätte herstellen ich das hab muss ich das kurz vermehren vom brennen der weinen die legierung schwarzer er hat es ja mache ich ja gerade was du hast was rein mit der ja dass er sich wieder das eine war das jetzt hingedacht ach da dankeschön ich will die einen elektrischen stark möchte nicht vermehren denn ich habe vor aber die die anfangs von den botanikzellen also die von ender euro die erste sie vor der botanikzelle ein bisschen schwächer die produziert 10 rf pro tec die wäre ich ganz praktisch wenn anfangen dass man genug licht haben es also ich wollte den slime bringen ruf sind ja halb muss ich leider noch bauen vor im keller unten ja wird der wofür kommt zu dir ich werde ich bitteschön dankeschön so 1 schon klebe pisten aber eine werkbank ist hier unten keine glaube ich nicht aber ich kann dir eine bringen äh hat sich überlegt jetzt muss ich natürlich so es ist gut mit kann silo ich brauche ein herz atius kristall quatsch joshi digitaler bergbauer ja okay das weiß ich ja schon selbst all die äh du kannst jetzt auch stellen äh 8 17 doppelpunkt 4 8 17 doppelpunkt 4 doppelpunkt 4 ja uff das wäre geil herstellen die maschine habe ich unten stehen na jetzt bei mir ist jetzt erstmal der zerstoße gewöhnliche zerstoße immer wichtig diamanten äh ne lava eimer nein äh ich hatte hier irgendwo zwei eimer das weiß ich ach ja wir haben noch nicht ausgereichend energie oder was was für energie wie wo was ich brauche hier langsam wieder mal einen extra raum nur für meine sache nein diesmal machen wir alles gemeinsam gut auch das formkraft was wir später mal anfangen werden werden wir gemeinsam machen ja aber wir brauchen trotzdem diese golems also ich brauche diese golems weil ich will diesmal nicht energie reinstecken und am ende weniger rausholen reinstecken rausholen und reinstecken ja 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 da erinnere ich mich an mein lieblings diskolied das mein erstes war das erzähle ich aber jetzt nur privat ich nix habe einen richter tut man aber eh ne man muss einen richter haben nein richter nein einen richter habe ich nicht einen richter nicht richter nein richter brauchen wir nicht okay ähm wie gesagt ich würde gerne wieder mal ein bisschen biodiesel herstellen ja aber zu dem kommst du jetzt noch nicht weil du jetzt noch nicht die maschinen dafür hast könnte ich schon den zerstoß abbruch ich ja sowieso wir können ja alles dann vielfältiger machen wir einfach brauchen wir einen scheiß ME ja das sowieso ja dann können wir alle wieder einzeln gut was brauchen wir noch Aufgaben los beeil dich und baue das ME ja der einzige Grund warum ich das ME noch nicht da hab ich erlerne das weil ja die Flixkristalle da noch brauchen wir brauchen damit ist es einen um die ich hab das schon einen gesehen 7% ach so stimmt die Flixkristalle die wachsen müssen weder ja wirst du grad essen ja ein Keks man kann auch nichts gegen einen Keks haben doch lecker Keks Kekse Hunger hat ist doch nur kleiner Keks ein kleiner Bruder Keks der hat keinem was getan ich hab doch irgendwo doch gesehen noch Trichter na egal da sind jetzt die ganzen Kisten da ist eine Kiste das ist nochmal Trichter aber würden wir diese Eisen Golems hier diese kleinen Golems hier jetzt anwenden ne oh oh man ich bin zu blöden Trichter zu traften in Ruhe und in V-Form Eisen ich hab das war mal alles was ich brauche wohin tageslichtsensor und der botanik Zelle tageslichtsensor wie gesagt du brauchst der Strom oder ei ja ja nicht ach ja ich muss auch noch Fischfutter jetzt jetzt geht's aber ich hätte gesagt ich find's ja zum Beispiel jetzt mit der Fackeln und das Ganze ist es eigentlich heraus ist das wir werden später nach oben ausbauen was hältst du davon ja kannst du weil ich will nicht schon wieder unter der Erde sein wir haben ein schönes Haus ne also naja jetzt tatsächlich eine komplett lustige Idee dass wir auf das Haus drauf quasi auf dem Rand hinaus ganz nach hinauf nachbauen also dass quasi nach unten kein wirklicher Sockel ist sondern dass dieses kleine Haus das wir jetzt haben quasi das Fundament ist also quasi so ein riesiger großer Würfel auf dem Haus drauf steht aber kein Würfel ja nicht Würfel halt schon Formen also da kümmere ich mich schon drum was hältst du davon das sollte gut dann könnte lustig aussehen aber kein Würfel nein es wird kein Würfel ich will ja was sagen dass ich kein Würfel haben möchte Quader nicht mal ein Quader ach man ey wie kann ich denn diese Scheibencluster der Gripper wurde besiegt äh wie viel Prozent hämmert denn von den der Dinger wenn da kann ich nicht weitermachen wenn die Dinger nicht endlich mal die sind noch gar nichts ich hab so gesagt 8 Prozent vorhin ok 7 und 8 sind jetzt zwei verschiedene Stadions waren 100 Prozent also anders gesagt dauert noch eine Weile mhm aber sobald die fertig sind haben wir eigentlich alles zusammen für sie Gimini ja ich würde ja es schon dieses äh äh gedruckte Silizium ok mache ich schon das klingt ja schon mal sehr super weil das brauchen wir bestimmt einen Haufen das ist ja hier das an die Vorlage davon kannst du mal ausgehen dann gehen wir hin und sagen wir brauchen manchmal bin ich ja echt begeistert so manchmal so 50 60 und dann mal so ein komplette einbruch auf 20 50 60 und langsam geht es runter ich sag ja du darfst du nie loben ne ja ich und jetzt hab ich den einbruch auf 30 jetzt sind wir schon wieder durch ja Leute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ciao